Tipp raus! Ich hab das gerade gemacht, der eine ist, bevor ich hinten reingehast. Und ich hab abgehoben. Gut, aber ich würd mal sagen, das reicht für die heute Getour. Das werden solche Keine. Warum die sind doch nicht mal am Ende angeflammt? Ja, aber weißt du, da kriegen wir ja massige Überlänger. Das war schon so. Und, kannten wir das in zwei Teilen? Okay, dann lassen wir das so. In der Türkei gibt's doch keine Lenkdräder, ich fahre mit Esel. Das ist eine Fracht. In der Türkei gibt's keine Lenkdräder, die fahre mit Eseln. Ich wär das in zwei Teilen? Ach du Scheiße, ist das eine Fracht hier. Ja, vor allem, die Luftleftes, die irgendwo wiegen. Ah, Gewichtskontrolle, ich muss kurz wiegen fahren. Ja, okay, der aussteht. Ja, toll, ich muss alle wiegen. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab' keinen Bock, als wiegen zu fahren. Okay, dann, ich füriere lose. Ne, wir hätten eher Max, wir müssen hier Max warten. Ja, aber ich habe keinen Sorgen abgedrängt. 10 Milliarden Menschen da vor mir da schwacken. Hehehe, ich bin wieder verbunden. Im stärkeren Motor, du Föcke. Genau, geh mal wiegen. So, achso, du bist bei der ersten Wiege. Schatz, hör mal schön. Nein, ich sehe ein Gerichtpunkt auf der Karte. Ja, zieh noch weiter rüber, genau. Hallo, ich bin auf meiner Spur, Alter. Komm mal, klar. Ah, das ist eine Tonne. Ich muss hier mal... Hilfe, dein Spur, dich. Du bist so ein Arsch, Alter. Ich bin ja ohne Scheiße meine Spur geblieben. Gerade kam es ein bisschen enger meine Spur. Ich bin nicht wieder gegen die Leibler gefahren. Na, die Spuren sind relativ eng. Na, die schon irgendwie. Ja, ist jetzt gerade ein Turbo reingehauen, oder was? Du bist jetzt gerade 20 Minuten nach vorne geschossen. Hm, ich habe einen ziehen lassen. Achso. Hehehe. Die Tech. Visit Service steht da. Bei mir auch. Egal. Der Motor bliegt. Wer ist das so von der Spur? Stefan, oder was? Ja, ja, ich fahre ein bisschen langsamer. Deine Kiste wird dich schneller fahren. Ich fahre ein bisschen langsamer. Deine Kiste wird dich schneller ziehen. Warte, wir haben ja auch eigentlich noch eine Rechnung geöffnet. Hallo, muss hier mal durch. Du Scheiße. Ey, ich habe mir nur eine Rechnung geöffnet. Du mit deinem langen Wort. Stefan, ich habe mir nur eine Rechnung geöffnet. Stefan, du bist so eine Astung. Du bist so ein Wichser, Alter. Nein, Stefan. Hä? Ich wollte gerade, dass du mir reinfährst. Wenn rausgedeppt. Du warst genau dasselbe. Hallo, Barney. Ja, ich wollte eigentlich nach links aus. Stefan ist nach links gefahren, habe mir in die Leitkante gedrückt. Das Schwein. Du bist so ein Wieser Stricher, Alter. Kommt ihr mir nach? Nein, ich habe gerade einen Unfall gehabt. Hä? Wer noch mal ein bisschen vorsichtiger, also bitte. Echt? Wolf. Hast du nicht gesehen, dass du geblinkt hast? Nee, der Wolf hat geblinkt, Alter. Deine Mutter hat geblinkt, Alter. Boah, Alter, wie lange ist die Motor-Fair-Funktion? Ich bin jetzt von der Kamera abgerutscht, Alter. Alter. So, das wissen nicht mal du, Stefan, da. Alter, kann ich immer noch nicht erreichen. Ich bin auch jetzt ein bisschen hin. Ja, hab's gleich gesehen. Ich muss zum Service fahren. Ich auch. Wie sind Service? Hast du Abschaden gekriegt? Alter, die Fresse. 38 Prozent, Mann. Ja, aber ich konnte nicht mal was dafür. Ja, ich auch nicht. Ja, weil wir sind so unfähige LKW-Fahrer. Der Dorne hat, Dorne hat mich ausgebrennt. Ich muss nicht ausweichen, muss nach nichts ausweichen. Nächstes Mal mach ich's besser. Ja, ohne ausdrücken, ne? Ja. Dann fahr ich einmal in die Leihplanke rein. Dann werden wir eh auch in die Luft geschmissen. Hahaha. Hast du dich quergestellt, ne? Überhaupt. Ihr seid so doof, ey. Hahaha. Weißt du, Dorne? Wie kann der mich echt überholen? Weiß ich, ich hab kaum Schaden gekriegt. Das ist für 68 wieder rum. Oder für 64. Der eine hat grad geschrieben, die ganze Map ist wieder Europor. Hahaha. Wie kann er euch? Oh, Max. Oh, uah. Boah. Ich sag's, Stefan ist schon da. Sorry, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Sie sind bei dir reingefahren. Glaub ich nicht. Das kommt an gar eins. Das sind komplett andere. Hallo. Hahaha. Haben bei dir Besauderer vorbeigezogen. Hallo, jo. Hahaha. Oh, wieder Hell. Hell, wieder Hell. Ich will mich hier überholen. Stefan. Nein. Ich hab's mir selber reportet. Ja, mir nur egal. Kann auch nix dafür. Ich hab's auch egal, ob's gebannt werde. Ich muss da rein. Hey, ich muss da rein. Hier ist Batman. Oh, verdammt, ich hab mich verfahren. Hahaha. Oh nein, ich auch. Ich hätt' abbiegen müssen. Ich auch. Warte, ja. Dreh um. Wie ist denn das hätten wir jetzt nicht als Aufnahme gehabt? Ach so, das ist fast die ganze Zeit du der Spack neben mir. Da hätt' jeder ein ziehen können. Ja, deswegen so'n random. Ja, danke. Hau ab, ne? Ja, da vorne kommt, äh, äh, ist ne, ist ne Ding, ne. Aber warte, mir kann ich eigentlich um, umbiegen. Ne, kann ich nicht. Stefan, ne? Pass auf. Wenn du draus tapst, tap ich auch raus. Hahaha. Motorfehlfunktion. Das ist der Hintermann. Der muss ja auch irgendwo unterlegen. Der muss ja auch irgendwo unterlegen. Ja, da kommt kurz danach, kommt gleich ne, ne, ne Abbiegung. Da kannst du runde fahren und auf der anderen Seite wieder rauf fahren. Abbiegung. Rasch. Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion. Oh, jetzt häng' ich hier auch noch. Boah, scheiß Berg hoch, ich fahr' grad um 24. Wollen wir kurz warten? Ja. Ja, komm mit Tim raus. Komm mit Tim raus. Ja, ich fahr' da raus. Okay, doch, ne. Warum muss denn ne hässliche Mauer zwischen sein? Ey, was? Das ist ja auch direkt an der Kurve. Warte, du kannst, da kommt gleich ne Ding, ne Abbiegung, genau, da rechts hoch. Und dann einfach auf der anderen Seite wieder rauf. Ach schon. Mach ich auch gerade. Wer sagt da denn geradeaus weiter? Ich fahr einfach wieder zurück. Wie wart ihr jetzt? Ich fahr nach meinem Navi. Was, hättest du einfach geradeaus weiter? So. Ne, ich fahr zurück zu den anderen. Was denn? Sogar kürzer. Ich fahr zu den anderen. Scheinparken. Acht, acht Meilen kürzer. Für Alpparken. Achtung, sag wenns ansteht. Ja, 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 ja. Herz drauf drücken. Rechts, rechts, oder was? We'll enter the city. We'll enter the city. We'll enter the city. Geht's noch? Ja, geht noch. Gib Gas. Gas. Volle Kraft raus. Was war das? Hast du den Sound gerade auch gehabt? Ja. Hat geschissen. Ausg季. Donne! Donne! Was, sie muss da raus? Das muss ich echt abbieben. Boahă к clearerrr equal ăr locker minn�! Ne, ich bin ja الإsk sä случаuin … Hallo, varte! Mmm, 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 mmm. Komm de Bremsn mal aus. Mach' mal 1... Donne raustippen! Jetzt mach' nach' ein GPS läker 나 Pigcco. Ja, jetzt sieh mir. Mir warte schon, mir wässere die. Du bist so ne Ass, Alter. Eine Scheiße. Seid ihr, ich bin glaub ich am meisten gedamaged. Ich hab 31% Frachtschaden. Ich hab 51%. Frachtschaden. Und ich musste reparieren, weil ich lag auf der Seite. Wohin wirst du gepackt? Wie der auch nicht geflogen ist. Das war das geilste. Mit Sacramento. Ich dachte, ich bleib da stehen wie ein Stein, ne. Tapp wieder rein. Ich hab das zum Glück auf Augen habe. Ja, ich auch. Ich hab geleckt. I may lag. Ich war so clever, ich hab mich nicht mehr reparieren lassen. Stefan, haben wir jetzt auch noch. Jetzt haben wir zwei rechnen lassen. Ne, eigentlich nicht. Nicht? Ne, ne. Okay. Gut. Ich hab nur 1% Frachtschaden. So, na dann. Du Arsch, Alter. Ja. Ja. Hast du gebremst, Stefan? Ich hab gebremst. Alter. Ich konnte ja nicht bremsen. Ich bin durch die Luft geflogen. Wir haben wieder geflogen. Das war echt geil. Ich hab sogar auf die Brücke rüber aufgeflogen. Ey, das ist nicht cool. Das wär episch gewesen. Ja, war ja fast so was. Wie viele Leute sind denn da? Ja. Das sind auch in Stockton. Nein, der sind Sacramente. Der sind hinter uns noch. Oh! Scheiße! Ey! Ich kann nicht verblüßen! Warte, hab ich das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Meine Königkeitszeit die Runde gestellt. Ne, hat sie nicht. Alter. Ich zieh jetzt hier raus. Kannst nicht machen. Die ist eh Stau. Oh, hör doch was zu hupen, eyda! Ey! Ja, Sigi, ist was los? Was ist die Runde? Was macht der denn da? Ich steh am Bein noch mal ein bisschen rückwärts. Es gibt doch Gas da vorne, ey, alter. Axa-alayla! Aber das geht bei denen, alter. Ich glaube, ich fahre euch gerade aus und fahre die nächste runter. Da haben wir euch jetzt auch. Wir stellen dann bringe die nichts. Ne? Die ist voller Stau. Weil wir müssen hier lang. wenn wir noch ein erheben können wir nicht warten können auch nach vorne raus doch das geht doch einfach raus und dann vorne raus sind wir können auch nichts runterfahren ich kann ja nicht mehr hier drin ich stecke hier fest ja wir stecken gerade alle schicken TPA Max TPA Elling Trucks Max verkaufen wir Gras die Kassonne muss doch mal du ruhig ich bin gleich hinten drin hinten drin immer mein Metanen weil dort ist richtig Stau dabei ich zieh aber links vorbei ihr könnt mich mal jetzt Eiskalt... ja hup mich doch an weg da ich ramm dich heimelämm so wieder er ist ein ganz nah dran an bis sie ganz nah dran an um das zweite Prozent und war so dass du von oben siehst es sei dir diese dieser Aufwand ist abgefahren und nicht wenn ich bin ein Jahr ich habe ich freundlich sehen Leute da oder nein ich bin einfach bei der anderen nicht aber das nächste Also nicht die erste, sondern die nächste, ja? Ja, die nächste, weil die Abfahrt, die war... Die, die ist ja schon, well done. Dankeschön. Well done, man. Ich habe es gerade gesehen. Ja, ich bin links rausgezogen, habe vier LKWs überholt, bin wieder reingezogen. Die Fracht ist für einen Arsch, glaube ich. 32% Frachtenschaden, 29% LKW. So am LKW habe ich nur 11%. Ich habe 43%. 11. Ich habe den Stau gelöst, ich bin rum. 12. Man muss nur einfach dreist sein. Wir geben Gas, haben Spaß auf der Autobahn. Ist ja gar praktisch, eine andere Ausfahrt ist eine Tankstelle. Was geht's nicht aus? Man muss nur einfach dreist sein, dann hat man gewonnen. Warte kurz drauf da vorne, ich bin gleich bei euch, ich muss nur schnell tanken. Echt? Na, warten wir kurz da vorne. Hättet ihr denn abgefahren und tanken es? Ach, ja. Hättet ihr denn abgefahren und tanken es? Ach, ja. Oh man, ey. Also ich bin rum, ne? Ja, ist noch das. Ich bin einfach dreist. Ich bin einfach weggezogen. Na komm Junge, wie lange brauchst du zum tanken, Alter? Echt? V Montreal, probiert doch nicht so. Hallo. 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 Hallo, ha martial師. Die stellen, wo ich halb jetzt drin steuert. Geht. Ich komm nicht in die Tankstelle rein. Oh, muss auch da. Uh, wollen wir nicht fahren können. Alter. Ich muss dir mal vorstellen, wenn Nevada nicht... Also wenn Nevada noch weg geht, die... Die kann da vorne. Modell festbeziehen. Na Chris, wie sieht's aus? Schaffst du das mit dem Tank? Nein, ich komm nicht an die Tankstelle. Alter, ich geh vorne bei dir an. Ja. Ja. Ich komm nicht an die Tankstelle. Oh. Drei... Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ich komm nicht. Hast du das gehört? Ja. Ich hab beschissen. Ey Jungs, mal im Ernst. Hä? Diese Scheißhänger ist so scheiß lang. Ich komm nicht auf... Nehm, Detlef. Wieso? Egal, lass den Hänger liegen. Der ist schon so großartig. Ein paar Dämmchen würdest du schon noch kriegen. Dämmchen? Dämmchen. Kann da mal die Verlust, Alter. Vollerchen. Ey, hier ein, aber jetzt hat das Steufebuffler. Ist das so mit der Dämmchen-Szene? Wir haben Ethan als Anhänger. Ey, sorry, ich... Also in meinem Ernst-Sied kommen wir echt nicht rum. Was ist das für ein Scheiß Anhänger? Bleib. Bleib. Ich weiß so rum hier rein. Wurscht. Ich glaube das wären hier 3 Parts oder? Ja 3 Parts Da ist die Tour alleine, da waren ja schon 3 von davon gemacht Oh, ich kann ja nicht tanken Jetzt kann er tanken Jawoll Ich steh zwar nur halb über die Straße Jetzt ist mir aber scheißegal, ob ich kann tanken So Komm, die Zeit wird knapp hier Quatsch Ey, das Shit lag schon da, das war ich nicht Alter, was für eine Aktion in der Langstelle So, rote Ampel, rechts flink Ich spiel mit dem Handy Gib Stoff, Jungs, ich komm Gib Stoff, Jungs, ich komm Gib Stoff, Jungs, ich komm Gib Gas Ja, gib Gas Wir wären ja auch schon viel weiter, wenn Dorne nicht so einen Scheiß gemacht hätte Was kann ich jetzt dafür, dass ich Standbilder hab? Ja, dass ich Standbilder hab Was macht ihr hier eigentlich, die Straße blockieren oder das? Ja, der will mich abdrehen Da kommt keiner vorbei Du stopp'n Geisterfahrer Gib Stoff, bleib drüben Boah, stell dir mal vor, du bekommst so ne Meldung, ne Du bekommst so ne Meldung, dass ein ATS zum Geisterfahrer unterwegs ist Und morgens so ne Blockade Crash davon Was ist denn eigentlich? War das ja lustig Fess? Ja Nein Nein, hau ab, Alter Ich war jetzt extra wegen, ich war jetzt wegen dir schon reparieren Oh, der Film funktioniert Oh, da komm ich ne Abfahrt Da musst du nicht abfahren Ich auch nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Ach so, aber Max ist auf der rechten Spur Ja 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 Deswegen meint er wahrscheinlich Abfahrt Boah Lecker Warte, mein rechter, rechter Platz ist frei Bin ich jetzt hinter dir, oder wo bin ich jetzt? Ne, ne, du bist neben mir Ja, Markus ist neben mir Ja, ich bin hinter Markus Also, einen halben Meter hinter Markus Echt? Ja Hochschlagist Oh, ho, ho, ho 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 boh ho 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 Ich helfe mal, schon länger gegen elicim 34'90- als Name Morgen darf keiner mehr von uns RTS spielen. Tut's dem mir egal. Ich bin Singleplayer. Habe ich meine Mods. Hier kann ich mit 100 MPH da dann... OAH! BODE FAVOR! Was denn für YouTube ist das ganz recht? Außerdem haben wir eh alle genug Geld, von dem her... Sind... 3 Millionen ungefähr. Hi Max! Ich habe ja keine anderen Fahrer gewertet. Nur Chris. Ich krach dir einfach rein, wenn du stehen bleibst. Mir ist scheißegal, ne? Weiße, was? Ich krach dir einfach rein, wenn du stehen bleibst. Wie er bleibt stehen? Ja, wenn du jetzt hier raus tappst. Ich bin neben dir. Also... Aber wenn du mich überholen solltest... Ja, was bringt's? Aber überleg mal... Wir... Wir machen das... Wir fahren alle zwei... Gleichzeitig... So schön nebeneinander. Hinter uns so ne Kolonne und beide dämmen gleichzeitig raus. Boah! Boah! Was kann denn... Nur der Mordestand, wenn wir gewandt. Warum leck? Ja, eh... Ich hatte dann auch einen ganz kurzen Leckerhaben. Oh, Ladparty! Lammparty! Lammparty bei Chris! Und seine Warmusleitung? Ja! Er leckt sich ausmachen! Ne, wenn ich hochlade. Dann braucht der Dumpf da voll lang. Genau! Stefan hat seine Pornodonals startet. Und dann hat er bei uns klick. Na, alles hört's! Geht sich? Naja, er geht um... Oh, weillern wir schon lange da? Ne... Eigentlich ja schon! Aber wenn du so welche Umfälle machen hast, du musst nicht... Ja, was kann ich dafür, wenn du nicht fahren kannst? ich kann ja ich auch ich habe weniger schaden als ihr ja das ist ja nicht also ich habe null prozent schaden die brücke über mir war schuld was auch reparieren ich meine was kann ich dafür dass da oben eine brücke ist da bin ich voll gegengeschleudert aber mit dem bmw sowieso so geil fährst du lang auf einmal überschlägt sich ja ja die westkugel am abhaben überschlag bmw so gut mhm mott mott wo abnimmst kommt motor aus der zweite ich glaube nach dem sie 3 für die büttliche städte bis Sonne mit der hinter sich der ausbeten ja den Fingern zwar noch vor einem E-Leck einschreiben die Bühne ein Blick oder viel Funktion der Blinkspur wenn er die Leitzung Achtung Doppeldecker von links sind die Tankfüllung habe ich ja Platz ist es kommt mit die Bewertung weisen ich bin nicht so lange auf alle schneller meine Güte weil man kommt nicht bei dem Ort an die Schilder aus dem Kuhn ein halber ich mich in die Klinik sehr die Welt der Europäer so also hast du auch für alle das so knapp halben Meter mit der vollbremsen annehmbar ich glaube ich habe beschädigt aber sieben tausend er konnte wohl schon abgeben das geht die tanke davon abkunden und dann kriege ich mich abschleppen wo sind wir überhaupt hier man jetzt wirklich die ganze stadt mit 30 ich bin ja mal gespannt wie lang wir haben noch 65 meilen für uns ja wir müssen jetzt durch die stadt ja ich würde auch so zu sagen stefan ist ja schon fertig dann würde ich sagen wir beenden den part hier wenn es euch gefallen hat daumen nach oben und bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss